wie ihr schon sehen könnt immer wieder ich würde sagen wir legen auf den los wir sind hier irgendwie in einer bahnlinie so heißt das ganze hier deswegen nehmen wir mal den wagen wir haben komischerweise auch mit denen ich frage mich die ganze zeit warum aber ich weiß es selber nicht ist auch egal wie er gehen los empfohlen daran 556 jahre viel mehr als das und daher ist es nicht schlimm ich bin in das rennen führe 360 kate ok also eine 360 kate mache ich wahrscheinlich den zug habe ich gerade gar nicht so ey, der hat mich im letzten Dings noch überholt, jemals ah, egal egal was für einen Rang habe ich denn mit dem Auto 781 aber warum darf ich denn nur den fahren ich will doch, ich will nicht mit anderen fahren weiter wir Blaupau ich hab doch noch andere nee, nicht filtern ach, egal keine Ahnung, warum ich nur den nehmen kann so Führer 360 360 durch hab ich gerade probiert aber hat nicht ganz so funktioniert ich wollte so so let's go let's go let's go, let's go kackte Dings 360 Grad jung hey Leute, ich verkackte gerade die ganze Zeit, wie dieses Dings ist so kackt nee, ich mach nicht der hier ist am besten nehm ich den, weil der ist am besten ok ok let's go fahr in position 3 oder besser dürfte ich hier 50 Meter und 100 Meter was soll ich denn tun dürften tue ich ja liegen gerne zu können bis geht es ist ein ich dass sie im in in und es ist in es ist Let's go. Gewonnen. Nice. Alle Rennzüge abgeschossen. Ja, nice. So soll es ja auch sein. Äh, später ansehen. Und sich Marken bekommen. Warte, was kriege ich am Ende? Keine Ahnung. Ende das Rennen. Und natürlich wieder den Auto. Das Auto. Ende das Rennen. Also ich muss einfach nur das Rennen beenden. Das sind so einfache Aufgaben. Aber ja. Rennen, zieh die Bände, das Rennen auch. Würde ich ja gerne, wenn es ja nicht mal losgeht hier. Ist der Einzige, der das hier fährt? Der ist ja nicht so gut. Der ist ja nicht so gut. Hat er eingesammelt, ey. Madden? Okay, ich hab's aber nur schafft. Let's go. Boah, die Sekunden. Wow. Rennen geschafft. 38, okay. 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 Ich hab' damit... Fang high. Griff nach dem Himmel. Fahre in Position. Hab' ich jetzt grad nicht gesehen. Fahre in Position 3 oder besser durch. Zählt Driftmeter 150 jetzt diesmal. Okay. Sollte aber auch easy sein. Okay, komm. Okay, let's go. Okay, let's go. Ich war grad so behindert. Ja, okay. Okay, okay. Let's go. So. Beide, äh... Gevernichtet. Und... Ein Sieg für mich. Nice. Beide geschafft. Nice. Rufpunkte. Ach so. Ach so, das sind die... Ach so, ja. Werbung ansehen. Das ist wichtig. So. Let's go. Himalaya. What? Erdwutsch. Okay. Empfohlener Rang. 727. Ich hab' 70 mehr. Von daher. Ah ne, sogar 80 mehr. Ach egal, Leute. Ihr wisst schon, was ich meine. Gewinne das Rennen. Also soll ich jetzt das Rennen gewinnen? Ja, ich soll das Rennen gewinnen, ne? Gewinne das Rennen. Okay. Ich hoffe, ich schaff' auch. Let's go. So. Ey, warum leckt die Scheiße denn so? Hallo. Kackspiel. Boah, ich hätte den auch noch gepasst, der Busch. Kratz. Ey, jetzt hat er mich hier nach da hingelenkt. Habe ich die Aufgabe nicht gepasst? Nee. Boah, Junge. Ich hasse diese Aufgaben. Ich hasse diese Aufgaben. So. Ich mach' jetzt mal kurz was für Leute. Kann den sogar gar nicht upgraden oder was? Sind schon komplett upgraden oder? Wohl dir die Blaupausen dafür. Kann den nicht upgraden. Aber den kann ich abwählen. Aber auch nur bis zu dieser hier. So. Okay. Okay. Dann nehmen wir nochmal alles ein. So. Okay, Leute. Komm, wir probieren das jetzt nochmal mit dem hier. Hallo, ich will doch damit fahren. Ey, dieses Spiel, Junge. So. So. Weiter. Ja. Genau. Stunz 3, Stunz 6, wenn das rennt. Hä? Warum habe ich denn jetzt diese Aufgabe? Egal. Stunz 3, Stunz 6. Mach doch gar nicht Stunz 9 hin anstatt 3 und 6. So. So. Einen muss ich noch machen. Ey, jetzt hat er mich blockiert, den Stunz zu machen. Mann. Ähm. Ja, jetzt haben die mich auch noch gedingst, ey. Was sind das für. Kackdinger. Und zwar. Und zwar. Oh. Ach. Das ist gut. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. alles drei geschafft so leute ich würde sagen das war's mit dem video wenn es gefallen ist gerne liken und kommentare schaut außerdem auf mein desktop-server vorbei der ist unten in der video beschreibung verlinkt jetzt noch ein doch noch eine der ojahsabend tschau tschau